Puppenstars Folge 2 war zum Großteil eher Sachen, die nichts mit Puppen zu tun hatten oder wo die Puppen an die Nummer drangeklebt wurden oder die Puppennummern waren schlecht oder es kam die Puppennummer vom Band, sozusagen, da wurde dann gesungen und man hörte so und dachte sich, Alter, wie das klingt und so, das muss doch vom Band kommen. Natürlich waren auch ein paar geile Puppennummern dabei, lustigerweise welche, die auch nicht weitergekommen sind, also diese Sache mit den Möwen da aus dem Norden, aus Hamburg besser gesagt, das war eigentlich eine geile Nummer, ist aber nicht weitergekommen, weil man meinte, die Nummer war zu chaotisch, man hätte da nicht folgen können. Äh, was sind das für Rentner da in der Jury? Aber mich hat dann hauptsächlich wirklich gestört, dass massenhaft Acts mit Puppen nichts zu tun hatten, auch das letzte, da war eine Starrpuppe im Wasser und da hat man hauptsächlich rumgetanzt rum, dann waren ja noch so Tänzer, die ganz hässliche Puppen hatten als Tyler Swift, Miley Cyrus und Beyoncé, dann wie gesagt hier diese Patsy May, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Nummer vom Band kam, dann gab es ja so eine Socks on the Rock, so eine Sockenpuppen, die einfach nur zu ganz in Roses Paradise City performt haben, da waren die Puppen im Endeffekt auch bloß angeklebt, dann gab es auch noch eine geile Nummer, diese Frank, diese neurotische Frankpuppe da, mit Sicherheit am Arbeitsplatz, sehr geile Nummer, fand ich sehr witzig, äh, dann gab es ja diese Puppe, äh, Herbert da, die mit dem Tänzer Arwin da so eine Nummer gemacht hat, da war die Puppe im Endeffekt bloß ein Kommentator, also Puppe bloß angeklebt, dann gab es diesen, äh, Wolpertinger und diesen, Leberkäsbob, das war wirklich echt eine gute, lustige Nummer, aber der Bauchredner konnte einfach nicht Bauchreden, das hat man total gesehen, dann gab es auch dieses Shadow Theater Daylight, das war ein Schattentheater, das hat mit Puppen rein gar nichts zu tun gehabt, äh, dann gab es ja diese Mano Viva, oder wie sich das ausspricht, die so eine Feuershow mit den Puppen gemacht haben, das war echt gut, aber lustig fand, man hat uns erzählt, das wäre Körperspiel gewesen, online hieß es, äh, Fingertheater, da wies die eh nach, nicht was die andere macht, dann gab es diese Oma-Puppe, die war eigentlich nicht schlecht, aber sozusagen ausbaufähig sein, hätte man ein bisschen besser machen müssen, dann Late Wife, vierte Company, da hatte man auch so eine lebensgroße Puppe, das war total schlecht gemacht, dann gab es diesen Egers und Lenny, so eine Möwen da aus Hamburg, das war eigentlich witzig, kam aber lustigerweise nicht weiter, dann gab es die Light Balance Tänzer, das waren so welche mit Neonlichtanzügen, das hat ja gar nichts mit Puppen zu tun, dann gab es so eine Vogelstrauß-Nummer, äh, das war auch nichts mit Puppen, der hat sich ja bloß verkleidet, ich meine, das war gut gemacht und so, aber mit Puppen hatte das nichts zu tun, dann gab es diese Glühwürmchen und die Musikanten-Nummer, die so ein Schneemann-Lied sang, also da war ich mir auch relativ sicher, die Nummer kam eigentlich vom Band und zu Anfang hatte man, ähm, diese Tube-Pads, die ja so einen YouTube-Kanal machen, das war eigentlich ganz gut, nur halt, äh, da fehlt es an Witzigkeit, also wenn man sich das anguckt, das waren echt schlechte oder langweilige Puppen, äh, und, und ich habe auch festgestellt, ein Großteil der Nummern kam von, ähm, vom Supertalent, beziehungsweise nicht das Supertalent in Deutschland, sondern von Rumänien und von Großbritannien, äh, wo ich mir dann immer denke, ah, die hat man sich zusammengekauft, also es war, ja, war wieder sozusagen eine ganz erbärmliche Vorstellung, die RTL geliefert hat und mal gezeigt hat, wie fake eigentlich dieses Puppen-Stars ist. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so.